hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren folge tales of hysteria mit mir erzählt das q und wir machen in diesem part weiter wollen haben jetzt im letzten part uns um die kardinalin gekümmert die hauptstadt von rollens pendrago scheint sich jetzt in einer art ja normalität wieder zu befinden wir sprechen mal mit dem netten herrn hier der vielleicht einen auftrag für uns hat oder auch nicht so und ich mache mir gedanken wenn es etwas zu tun gibt hier in der nähe würden wir das erstmal tun und wenn nicht dann begeben wir uns schnurstracks weiter auf die suche nach maotelus dem fünften der fünf großen seraph aber da ist irgendwas im gange ja ich sehe euchil euchil guck guck says agil are you working ja data gathering i need to meet with five informants by the end of the day sounds like a lot of work hmm agil is like the eyes ears and brains for us scattered bones so then what are you rose the heart the heart the heart the heart the heart was schöner gewesen so you're the skull shut up you're ruining my metaphor well our boss is more like a goddess of victory used to be little miss goddess of course little miss goddess back when our old boss was around he used to carry her on his back all the time oh should those were good times weren't they yep help our comrades and defeat our enemies it was simple back then so it was but things have changed in the underworld information is king did you find any good leads a couple the one they call shepherd malfour was originally a priest in the church of rollins oh okay it seems he's angling to fill the power vacuum caused by the death of cardinal fortin figures and then there's the business with the fake elixir the church can no longer ignore the situation and they've started investigating the source oh schlecht the village chief of godadden will there steckt in problem that steckt jetzt wohl in schwierigkeiten vielleicht ganz gut wenn wir uns mal da umschauen sind that's what was going on agil do you think the decision i made the boss's judgment is the scattered bones's judgment but it might require a bit of following up yeah you're right let's head over to godadden and see how things ja das habe ich auch gerade gedacht machen wir auch gleich all right dann ziehen wir mal nach godadden dann haben wir unsere heutige folge unseren heutigen auftrag gehen wir raus aus pendrago schauen uns einmal an all dass ich das jetzt schön aus da gibt es noch etwas was uns unser lieber herr dassel noch nicht erzählt hat auf jeden fall wir begeben uns nach godadden wird aber ungern direkt in godadden rein sondern lieber beim eingang von godadden und dann fragen wir mal schauen mal was da also los ist wir waren ja schon eine weile nicht mehr dort aber jetzt steckt der aber jetzt steckt der ist es nur mich oder ist die village habe mehr malevolent sind bevor ich fühle es auch gar nicht gut mal vor der hätte mehr vor ja das hört sich nach alien an ja ja es ist eine sehr verabschiedung von dem chief und ich bin sorry aber der chief ist indisponiert gerade jetzt wegen der Krankheit und wird nicht beherrschung zu besuchen was er ist aber es ist gut in dem Namen der shepherd ich versuche diese noble servant der Menschen oh also du bist der shepherd ha 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 nothing escapes dir meine Fake Okay, yeah, whatever dude Spinner Do you think it's malevolence that's causing his illness Is the chief even sick I don't trust that guy. No, but we do know that the amount of malevolence in this village is increasing Let's start by reviving the blessing of Gadanan. We can worry about the chief after that Makes sense. That's the real shepherd's job after all I 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 Okay Fangen wir einmal mit dem an Okay I 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 Was haben wir noch? Ah, da müsste ich noch rüber. Ah, ich und meine riesigen Höhlen hier immer. Mann. Bis man die endlich mal durchforstet hat. Oh, wo laufe ich eigentlich hin? Ah, hier ist ein Safe Point, okay. Apropos Safe Point, ich glaube wir speichern mal. Eine Idee. So. Ich gucke auf die Zeit. Und ja, wird eigentlich Zeit, dass wir einen Schluss machen. So, Leute. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ich werde jetzt mal offscreen mich noch ein bisschen in der Höhle da umschauen. Und danach werden wir anschließend dort hinzischen und ja, uns mal anschauen, was es da Gishunis gibt. Vielleicht einen Helion-mächtigen Helion. Wer weiß. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part, macht's gut und ciao, ciao. Auf jeden Fall. 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 Vielen Dank.